Montenegro Montenegro ist ein schönes kleines Land im westlichen Balkan, welches sich mit seinen Naturschätzen von anderen Ländern Europas unterscheidet. Wasser von unvergleichlicher Qualität, saubere Luft und der starke Kontrast zwischen Gebirge und Meer machen Montenegro sehr besonders. Im Jahre 1991 hat es den Status ökologischer Staat angenommen, wegen großer Biodiversität auf kleiner Fläche, wobei die große Anzahl an endemischen Arten beiträgt. Auf Papier steht immer noch geschrieben, dass es ein ökologischer Staat ist, aber ist das noch so in der Praxis? Die Meinungen der Bewohner sind geteilt. Wir haben noch nicht gegründet. Wir haben alle Bürger, die Menschen, die sich unverantwortlich verantwortlich fühlen, und dann auch die Vласти, die das nicht kontrollieren und nicht sanktionieren, und sogar auch mit ihren Schweren und behaupten, dass sie unverantwortlich verantwortlich sind. die Planinen, die Mora, die Natur. Das ist eine Ekologie-Gradar. Es ist das ein Eko-Gradar, ein Eko-Gradar. Es ist ein Eko-Gradar, das muss man noch mehr zu machen. Es ist nicht schwer, nur ein bisschen zu machen. dass wir uns ein bisschen besser machen können, und dass wir viel mehr arbeiten können, wird es wieder aufwärts sein. Wir sind alle auswärts, wir, die Landwirte. Es gibt keine Inspektionen, die uns auf die Kultur machen können, wenn wir nicht. Alle Landwirte, aber ich glaube, es muss auf die Leute aus dem Bereich aus dem Bereich, die sich mit dem Thema beschäftigen. sie müssen aufgrund der Grund für das. Und für alle von der Stadt. Es gibt viele Städte für alle, die so machen, wie ich gesagt habe, dass ich nicht sagen, dass ich es nicht sagen. Ich würde mich für Leute, die sich für die Wirtschaft, die sich für die Wirtschaft, also für Leute, die nicht arbeiten. Es gibt eine Million Mera und Projekte und alles, was er beurteilt, dass wir so viele Menschen haben, dass wir so viele Menschen haben, aber ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft nicht bereit sind. Ich glaube, dass jemand nicht mehr beurteilt, dass er sich das nicht mehr beurteilt, sondern dass er sich alles auf alles auf dem Mottoat. Aber wenn man sich nicht mehr beurteilt, dann würde man sich das wirklich kassieren. Das wäre es besser, als wir alle zusammengekommen. Hier muss man vor allem um diese Dinge zu bestimmen, die Sie die Gemeinschafts-Bereich, die sie sich auf die Mitglieder des Landes, alle die die Mitglieder sind in der Ministerstwa, und die die Menschen, die sie zu bewegen, und die die Menschen, die die höchst. Fast alle Gefragten sind sich darin einig, dass es viele Sachen gibt, die man tun kann, um Montenegro als ökologische Stadt zu erhalten, aber die Möglichkeiten dazu sind begrenzt. Einrichtungen zum Recyceln gibt es wenig, Müllcontainer zum Müllsortieren kaum und die wenigen, die es gibt, werden nicht richtig verwendet. Damit es zu einer Veränderung kommt, muss man die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Problematik lenken. Das kann man am besten mit der Bildung der ganz Kleinen erreichen. Trna Gora Trna Gora posieduje velika prirodna bogatstva, počeši od vode pa šume, sve ostalo, ali mi kao pojedinci i kao društvo se ne trudimo da očuvamo to naše prirodno bogatstvo koje posiedujemo i na sve moguće načine ga narušavamo i ugrožavamo. Treba početi sa edukacijom prvo djece u prečkolskom uzrastu, pa onda kroz osnovno obrazovanje i nastaviti to u srednjoj školi. Jer ako djecu ne naučimo da čuvaju životnu sredinu, počeši da ne bacaju otpadke bilo gdje na ulici, nego da za to postoje kante za smeće, pa sve dalje, znači na taj način jedino možemo da unaprijedimo našu životnu sredinu. Po novom programu se dosta ekologia nalazi u učbenicima, međutim trebalo bi još uvijek profesori da pridiju mnogo više značaja za to i da djecu edukuju o svim potrebnim mjerama zaštite i predostrožnosti. Das Land hat Potenzial for Hidroenergie, Solar- und Windenergie, welke s nisht ganz genutzt viet. Wir haben einige Experten nach ihrer Meinung gefragt. Crna Gora Crna Gora nije ekološka država, iako to piše u ustavu Crne Gora, ali svi mi koji živimo u Crnoj Gori znamo kako je stanje u našoj zemlji. Crna Gora je država sunca. Mi smo država koja svoje sunčane potencijale nije iskoristila ni na primorju, a ni na sjeveru. Crna Gora je broj sunčanih sati jako veliki, iako znamo da, recimo, energija koja se troši u domaćinstvima, 70% te energije ide na pripremu tople vode, a sunca je idealan energetski izvor za pripremu tople vode. Crna Gora je u cijelini, ja bih rekao, jedna crna ekološka tačka, jer mi imamo jako puno ekoloških problema, ali ako bih moraio da izdvojim nekoliko najvećih, onda bi to sigurno bili kombinat aluminium u Podgorici, zatim Rudnik u Pljevljima, Željezara u Nikšiću, Brodo Gradinište Bijela. Crna Gora je prepoznata kao područje, država koja ima jako veliki potencijal energetski. U prvom redu tu se misli na hidropotencijal, kao obnovljiv izvor energije koji je trenutno i najaktuelniji u svijetu. Crna Gora trenutno ima samo dvije hidroelektrane, to je hidroelektrana peručica i hidroelektrana piva. Tako da je predviđeno u narednom periodu izgradnja još i iskorišćenje hidropotencijala rijeke Komarnice, rijeke Morače, Čehotine i Tare. Od daljih energetskih resursa koji postoji u Crnoj Gori, tu je interesantna energija vjetra i solarna energija, znači iskorišćenje energije vjetra i solarnog potencijala koji postoji u Crnoj Gori. Znači iskorišćenje energije koji postoji u Crnoj Gori. Značišćenje 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 Bis zum nächsten Mal.